Herzlich willkommen zur neuen Serie Zwei Fragen, ein Organ und in dieser Serie werde ich Ihnen Beispielfragen aus Prüfungen stellen bzw. wir werden dann auch die Antworten verraten in weiterer Folge und wie man eben diese richtig, praktisch am Präparat und in weiterer Folge dann bei einer mündlichen Prüfung richtig zeigen soll. Auf geht's! Bevor wir jetzt mit den Fragen beginnen, möchte ich eigentlich noch einmal erklären, warum ich persönlich zum Beispiel mir die Fragen bei den mündlichen Prüfungen vorher immer aufschreibe. Denn manchmal, hört man so hinter meinem Rücken zumindest, wird es immer etwas kritisiert, dass ein Prüfer sich die Fragen vorher notiert und diese dann auch abliest. Das hat eigentlich den Mehrwert, wenn Sie zu einer mündlichen Prüfung kommen, dass die Fragen Nummer eins klar formuliert sind, zweitens objektiv stellbar sind. Das heißt, wenn ich mir vorher die Fragen aufschreibe, kann ich analysieren, ist das Fragenniveau dasselbe und dann kommt es eben nicht zu individuellen Unterschieden. Es ist nämlich so, als ich noch als studentischer Mitarbeiter hier in Innsbruck auf der Anatomie gearbeitet habe, habe ich klarerweise immer gespannt und aufmerksam bei den einzelnen Prüfungen zugehört und mir dann auch die Mühe gemacht, zu analysieren, wie oft eine Frage gestellt wird, also wie oft ein gewisses Themengebiet kommt. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn man die Fragen spontan stellt, es immer wieder dazu kommt, dass sich eben gewisse Dinge wiederholen. Denn es ist nämlich nicht so, wie manche Prüfer und Prüferinnen glauben, dass man spontan genug ist, wenn man zwei, drei Stunden prüft, dass man dort eben immer das ganze Themengebiet immer gleichmäßig abdeckt, sondern es ist eben meistens so, dass persönliche Schwerpunkte, die jeder von uns, also die jeder Anatom und jede Anatomin hat, klarerweise dann immer vermehrt geprüft werden. Und im Eifer des Gefechtes, wo man spontan eine neue Frage erfinden muss, wenn man sie sich eben nicht aufschreit, führt das eben dazu, dass eben gewisse Themen auch sechs, siebenmal in einer Prüfung, und wir sprechen immer, was heißt hier eine Prüfung zwischen 30 und 40, Studierende, die geprüft werden, dass sich da eben sechs bis siebenmal dieselbe Frage wiederholt. Und ich persönlich finde das nicht gut und deshalb werden die Fragen vorher von mir immer aufgeschrieben, damit man eben einer, wie soll man sagen, strukturierten, mündlichen Prüfung am nächsten kommt. Verstehen Sie den Unterschied, dann ist es maximal objektivierbar und hat auch den Vorteil, dass wenn vorher die Fragen festgelegt sind, nicht nur weil, ich weiß nicht, mir irgendjemand unsympathisch ist oder so, dass der dann eine schwerere oder die Leute, die mir sympathisch sind, weil ich ja im Kontakt mit den Studierenden bin, dass ich da eben den unsympathlingen oder den Sympathlingen dann die leichteren oder auch die schweren Fragen stelle. Okay, dann wollen wir gleich beginnen. Duodenum. Demonstrieren Sie den Abschnitt jenes Organs, welches direkten Bezug zur Arteria gastro duodenalis hat und, gut aufpassen, deshalb bei perforierenden Ulzera zu lebensbedrohlichen Blutungen führen kann. Auch hier wieder erstmals eine kurze Denkpause. In der Frage wird ja gefragt nach einem Abschnitt eines Organs, das irgendeinen Bezug zur Arteria gastro duodenalis hat. Der wichtige Hinweis sind aber die perforierenden Ulzera, also ein Geschwür, das irgendwo durchwächst. Da bleibt im Regelfall, wenn man kurz überlegt, bleiben da eigentlich nur zwei Organe übrig und zwar das ist einfach der Magen und das Duodenum. Und nachdem nur zwei Organe übrig sind und wenn man sich dann kurz die Topografie in Erringung ruft, kann es eigentlich vom Duodenum nur mal die Pars superior sein, das ist der Teil, der eben am Osteum pylorikum beginnt und an der Flexura duodenis superior endet. Die Ulcus duodene, also 12-Finger-Darm-Geschwüre, liegen eben fast ausschließlich in der Ampulla, also in diesem erweiterten Anfangsteil. Passen Sie auf, diese Ampulla wird in der Klinik meistens als Bulbus bezeichnet. Und in diesem Anfangsteil, also in der Pars superior, im Bereich der Ampulla, liegt eben direkt dorsal, die Arteria gastro duodenalis. Und da kann es eben passieren, dass wenn diese Arteria arrosiert wird, also angegriffen wird, oder ja angegriffen, ich sage einfach angegriffen, durch so ein perforierendes Geschwür, kann es wirklich zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen. Wir merken uns vielleicht von außen sozusagen, von der Projektion noch, dass sich diese Pars superior ungefähr auf der vorderen Bauchwand, zwischen der vorderen Medianlinie und der Mitte des rechten Rippenbogens projiziert, auf die Wirbelsäule, meist zwischen TH12 und L1 grob. Da ist meistens, irgendwie kommt mir vor, die meisten glauben, dass das Duodenum irgendwie tiefer liegt. Deswegen möchte ich das hier noch erwähnen an dieser Stelle. Und zeigen Sie den Abschnitt jenes Organs, das zwischen Arteria mesenterica superior und Pars abdominalis aorta in seltenen Fällen eingeengt werden kann. Und in dieser Frage müssen wir uns auch wieder an die Topografie im Oberbauch erinnern. Das ist eigentlich keine schwierige Frage. Prinzipiell möchte ich bemerken, dass dieses Syndrom, dieses obere Mesenterialarterien-Syndrom und da wie der Name eben schon sagt, muss es etwas mit der Mesenterica superior zu tun hat und eben der Pars abdominalis aorta, also es muss ein Organ oder ein Abschnitt eines Organes sein, das da dazwischen liegt und ist einfach das Duodenum. Und zwar, welcher Anteil vom Duodenum, die Pars ascendens, der aufsteigende Teil, der eben rechts fließend aus der Pars horizontalis übergeht und sein Ende an der Flexura Duodenum jeionalis findet. Dieses Syndrom ist seltenes Syndrom, aber ich finde, es ist eigentlich eine nette Frage. Also es ist nicht etwas, das Sie jeden Tag in Ihrer Hausarztpraxis sehen, aber ich finde es eine nette Frage, wo man diese topografische Besonderheit, die, wenn Sie das einmal an einem Körperspender oder einer Körperspenderin gesehen haben, ja doch sehr eindrucksvoll ist, dass eben das Duodenum aufgrund der Magen- bzw. an der Darmdrehung da zu liegen kommt. Und das sieht man, glaube ich, sehr, sehr gut immer an den Präparaten. Denn prinzipiell wird da immer diskutiert, ob die Ursache eben kein sogenannter zu kurzer Musculus suspensorius duodenis sein. Also es ist jener muskulisch schrägstrich bindige Webe, da finden Sie auch unterschiedliche Angaben in der Literatur, der eben von der Pars ascendens Weg zieht und eigentlich Richtung Grußdextrum der Pars lumbalis des Zwerchfells hinzieht. Und dieser Musculus suspensorius duodenis, der wird eher auch eigennamenmäßig als Dreizmuskel bezeichnet. Der Muskel eben, da gibt es unterschiedliche Literatur, manche sagen teils quergeschreifte Muskulatur, teils glatte Muskulatur, manchmal wird das überhaupt nur als bindige Webe oder Strang beschrieben. Auf jeden Fall, das ist auch, glaube ich, in der Chirurgie relativ häufig gern gefragt, dieser Dreizmuskel aus ihren Gang und mögen das die Menschen. Auf jeden Fall kann man eben bei diesem oberen Mesenterial-Arterien-Syndrom, schneidet man eben diesen Muskel oder dieses Bindegewebe da durch und dadurch kann man eben, oder als Alternative so, entschuldigen Sie bitte, kann man eben auch den Darm umlagern und eben von dieser Arterie, also von der Arterie Mesenterika superior, befreiten. Vielleicht hier, weil wir vorher schon die Projektion bei der Bar superior hatten, die Bar-Ascendence, die projiziert sich auf die Wirbelsäule ungefähr auf L2, L3 und auf die vordere Bauchwand sind wir da ungefähr etwas links der vorderen Medianlinie und so, keine Ahnung, so eine halbe Handbreit-Median- und Kaudal der Mitte des linken Rippenbogens in dem Fall. Und damit sind wir auch wieder am Ende unseres kurzen Videos. Ich wünsche euch viel Spaß, danke fürs Zuschauen, beziehungsweise in diesen Videos da besser mehr zuhören, weil ich da irgendwie viel länger quatsche, wie ich das eigentlich will. Auf jeden Fall, wir freuen uns über ein Like oder eine Subscription und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.